Heyo und willkommen zum alljährigen Rückblick des Jahres. Machen wir es kurz und schmerzlos. Das Jahr an sich ist ja dank Corona richtig beschissen. So, nur noch kurz zu erzählen. Diesen Jahres den Leuten weiter Freude mit meinen Videos machen. Ich würde sagen, passt so. Zweitens, alle deutschen Videos Untertitel zu verpassen. Ja, habe ich geschafft, alle nicht. Wir versuchen uns an den 600 Abo-Typen. Warte, ich gucke mal. Äh, nö. Nicht geschafft. Nicht so aus. So, viertens. Zeph einen Kommentar entlocken. Ja gut, habe ich geschafft, aber nur als Antwort auf den Kommentar unter seinem Video, weil ich deinen Spielstil bemängelt habe in DVD. Versteht mich nicht falsch. Ich mag Zeph, ja. Aber seine Spielweise mit Daylight ist mir nicht so angenehm. Finde ich jetzt persönlich nicht so. Jedem Urn hat eine Wunsch-Transformation herausgebracht. Wow. Wir haben es verkackt. Kommt so glaube ich, im Oktober und Februar fehlen. Ja. Super. Einfach nur super gemacht, du alt. Kommen wir nun zu den Vorsätzen für nächstes Jahr. Klar, ein Ziel wird es sein, die 1000 Abo-Nachf. Halt ich eh für unwahrscheinlich. Die Schrott, den ich hier mache, ist ja eh unnötig. Egal des Weiteren, werde ich mich auf FNAF, Dead by Daylight, Zeph und nur Wintel bei Hintergrund-Animationen konzentrieren. Ausgenommen von dem, werde ich natürlich weiter Wunschtransformationen machen. Die Videos kommen jetzt an festen Tagen und zwar Freitag, 17 Uhr. Mit einer Ausnahme natürlich von festen Geburtstagen und so weiter. Abgesehen von den Animationen, werde ich auch meinen Cosplay-Fortschritt hier mit euch teilen. So wie vielleicht einige kleine Let's Plays aus FNAF und Dead by Daylight. Ja. Also bleibt gesund und euch noch ein schönes Jahr 2021. Hoffentlich besser als das letzte. Weit. Ende. Und out.